Hallo Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jetzt sind wir live. Schön, dass Sie alle dabei sind. Ich habe hier Gäste. Mein Name ist Ralf Schmidt und ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Die Leute haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Also maximal Vorträge von 20 bis 25 Minuten. Und deshalb ist es auch wichtig, immer wieder Abwechslung zu bringen. Zum Beispiel über künstlerische Side-Acts. Ingrid fasst nochmal alles zusammen, unsere Graphic-Recorderin. Hallo Ingrid! Du wirst es für uns jetzt einmal in Graphic-Recordings Comedy Ingrid Wenzel Hauptstadt-Style vorstellen. Gerade bei einem digitalen Event sind die Herausforderungen total groß. Und man hat sehr viel mehr Gewerke, die miteinander arbeiten müssen. Und dann macht es Sinn, dass es jemanden gibt, der von oben drauf schaut und die ganzen organisatorischen Sachen in einer Hand hält. Wir haben ein ganzes Kamerateam, ein Streaming-Team mit Tontechniker, Regisseur, Produktionsteam usw. und die können Sie an die Location setzen, auf die Sie auch immer Lust haben. Zum Beispiel in Ihrem Unternehmen oder in einem coolen Hotel. Wenn Sie also wirklich Ihre Leute von morgens um neun bis abends um 17 Uhr an der Stange halten wollen, muss es interessant, spritzig, spannend sein. Ami in Untertitelung des ZDF, 2020